Wer ist der Boss? Wer, wer ist der Boss? Du! Neneene, 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 nene. Alles in Ordnung, Junge? Na klar. Neneene, 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 neneene. Diese drei Typen haben nichts gemeinsam. Ich bin nicht meine Schwanzlinge von dem Plattenverkauf entfällt. Und du weißt, was das bei mir bedeutet? Ich soll am Montag diese Firma hier übernehmen. Ich schulde niemandem irgendwas. Außer einer Sache. Sie drei sind Brüder. Halbbrüder. Sehen wir sowas wie ein Regierungs-Experiment? Fehlt da nicht noch ein Chineser und ein Eskimo? Es geht um viel Geld. Nach der Aussage ihrer Mutter handelte sich um 120.000 Euro. Sie hat das gesamte Erbe für ihre Söhne versteckt. Ja, Alter, wir müssen es finden. Es sind 40.000 Kracher. Each. Frag deine Sandalette morgen früh abfahren. Ich hab ne geile Karre besorgt. Deine Brüder sind da, Bitch! Komm raus, du Hure! Du verkaufst nach Oma Stoff? Wir machen das auch ganz schnell, wie die Deutschen beim Sex. Rein, raus, ha, ha, ha und tschüss. Ich hab jederzeit alles unter Kontrolle, immer. Hör dich an! Haben die Bullen durchs gesehen? Ich hab dicker Backen gemacht und die Stimme verstellt. Was? Nicht schief! Bitte nicht schief! Alter, wir sind am Arsch. Wir sind drei Halbbrüder, gleiche Mama, unterschiedliche Papas. Deine Mom steht auf Abwechslung. Mama, meine Schlampe! Ich hab mir enorm einen runtergeholt auf deine Mutter. Unsere Mutter. Wer sind die zwei Witzbolde? Meine Brüder. Ein Bimbo und ein Kanacke? Ist eine lange Geschichte. Mama, meine Brüder. Mama, meine Schlampe. Moin! Sucht ihr ein Gästezimmer? Oder wollt ihr den Kiffing-Bowl Kopfschmuck kaufen? Also ich wollt fragen, ob sie mein Vater sind.